Was ist denn für ein Essen, Käse? Ja, ja. Keine Angst! Nein, was? Nein, das passiert nichts. Das passiert nichts. Ich bin am Filmen. Ich weiß nicht, worüber es sagt. Die Frau Schweizerin trinkt jetzt angebrannte Scheiße. Er filmt sie jetzt, wo sie sterben. Ja, sie wird vermutlich mit einem anderen Video nach ihr senden. Und das ist der Lüsterbruder. Warte mal, stell dich noch mal so hin. Nein, so. Wir zeigen können, dass wir eine Bescheid überkennen. Der fängt immer noch.